Ich habe eine Botschaft an dich. Wenn du dieses Video jetzt siehst, dann ist es für dich. Ich weiß, wie es ist, wenn es im Leben manchmal so aussieht, als würde alles zerbrechen, wehtun und schwierig sein. Doch genau das ist der Punkt, der dir nie gesagt wurde. Die eine Sache, die in deinem Leben einen Unterschied machen könnte. Von Mama, Papa, Oma, Opa. Dieses eine Wort, das alles verändern könnte. Diese Kraft, die dir gefehlt hat, die dich gestützt hätte. Dieser eine Satz, der dich beflügeln könnte. Den möchte ich dir jetzt sagen. Du bist wundervoll, so wie du bist. Du bist genug, so wie du bist. Du bist wertvoll. Ich wünsche mir für dich alles Gute und viel Energie. Danke für dich in meinem Leben. Wenn es dich berührt hat, lasse mir ein Like da und sage Danke, indem du mir folgst. Du bist spitze.